Diese mysteriöse Erscheinung am Himmel sorgt auf den Philippinen für Angst und Schrecken. Minutenlang schwebt ein fast durchsichtiges, tropfenförmiges UFO über der Erde. Sind hier etwa Außerirdische unterwegs? Das unbekannte Flugobjekt wird im Norden der Philippinen entdeckt. Ist mit bloßem Auge fast nicht zu erkennen. Mit ihren Handys filmen Menschen das bizarre Fluggerät, das aus der Ferne aussieht wie eine kleine Wolke. Doch herangesoomt und scharf gestellt sind klare Umrisse zu erkennen. Metallfarben, fast durchsichtig und schwerelos schwebt das Fluggerät in großer Höhe. Bei der Polizei melden sich viele besorgte Bürger, haben Angst. So etwas haben sie noch nie gesehen. Doch auch die Behörden wissen nicht, was es sein könnte. Erst Stunden später gibt es erste vage Theorien. Bei dem UFO könnte es sich um ein Zeppelin-ähnliches, sogenanntes stratosphärisches Luftfahrtschiff handeln. Ähnlich diesem hier aus den USA. Auch die chinesische Regierung vorstandscheinen mit den solarbetriebenen Fluggeräten. Diese können in 20 Kilometern Höhe für Kommunikation und Überwachung eingesetzt werden. Eine offizielle Bestätigung für einen chinesischen Überflug gibt es aber nicht. Ob mysteriöses UFO oder doch ein chinesisches oder amerikanisches Spionage-Überwachungsfluggerät, auf den Philippinen sorgt das bizarre Fluggerät für gehörig Aufregung.